Ich dachte den anderen zuerst, weil der nerviger ist. Ah ne, wir haben es andersrum gemacht, gell? Er ist ja schon halbtot, ich sag schon nichts mehr. Hahaha. Oh, great justice! Er hat mich jetzt wiederbelebt. Achso, er hat ihn getötet. Er hat mich, er hat mich nicht verletzelt. Er hat mich, er hat mich nicht verletzelt. The White Bunch.